alle doof alle male alle doof hier modische kleidung bücher taschenohr schokolade schokolade kannst du schon selber anbauen oder kaffee da brauchst du schon kakao für definitiv kohle 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 kakao 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 kaffee kakao 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 wie weit muss ich darunter da da haben wir kakao und da haben wir kakao da drüben nirgendwo ne da drüben nirgendwo das heißt ich müsste hier einmal komplett dahin damit ich kakao kriege oder aber ich kaufe es ein hier könnte man noch mal wein anbauen da auch das stück ist schon hier ne das ist ja schon mir stimmt ja das ist ja schon mir ich weiß ist ein komischer tick den ich habe sehr komischer tick von 6 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ich ein sehr sehr komischer tick aber jeder hat ja so seine marken 6 9 10 11 3 7 8 9 10 11 12 13 ich kann auch hier auch noch eine kleine siedlung aufbauen wobei da könnten wir wein anbauen dann könnten wir hauwein anbauen was haben wir denn hier jagdhütte dann bauen wir 1 2 3 machen wir hier auf die seite machen auf die seite so 1 2 3 aber was machst du denn was machst du denn 1 2 3 die raus der muss auch noch mal raus die straße da muss auch noch mal weg ja so neues da kann ich nicht hin bauen aber wir könnten drehen und dann dahin bauen so dann bauen wir die straße darunter sehr schön dann bauen wir da die straße runter dann bauen wir da die straße runter guck mal die geht bis in den strand rein sehr schön sehr sehr schön dann brauchen wir einmal dann brauchen wir einmal eine fischerhütte die nehme ich mit die können hier unten hin bauen 74 90 80 108 98 104 106 die behalten wir noch machen später industrie andere dienstleistungen da muss ich den marktplatz bauen wir hierhin wie sich das gehört dann brauchen wir eine taverne die sollen ja schön saufi saufi machen saufi 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 die bauen wir daneben so saufi saufi machen die jetzt auch sehr schön dann können wir hier dass die straße rausnehmen ja ja da ich denke ich kann da wein anbauen hallo bauen wir da kartoffeln an was soll's da kann ich schon bestimmt hier unten bei einen anbauen ni 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 ja interior sammler die ist jetzt mal mehr hier unten hin die setzte daneben so dann haben wir den schumann das stück hier können wir ein anbauen 3000 tage ab für stück wasser scheine welche von den vorfahren erbaut wurden geben jeden weisheit die sie die diese suchen sucht irgendeiner weisheit von euch sucht irgendeiner weisheit machen den fertig machen wir den auch so fertig ne dann haben die nämlich alles hier so guck mal lieferdienst könnte man auch ja lieferando lieferdienst lieferando fuzzi ja den brauchen wir ja auch noch stimmt ja ich finde auch herrlich statt die häuser gebaut werden und recht voll sind als würden sie aus der stadt da ausziehen tüpferei lieferdienst gratis drehung könnte ich alles kaufen da kann ich alles kaufen schweine farm ich kann hier nichts anbauen also keine keinen wein das heißt wir könnten hingehen reißen das raus bauen da dann die schweine farm rein die passt doch wunderbar oder wir setzen die da rein fände ich hier schon besser weil dann könntest du hier noch felder anbauen so dass die fischer hütte bauen wir dann hier hin 80 104 74 ich brause ins wasser da ist am besten 21 21 ja guck mal jetzt fehlen uns nur 9 jetzt fehlen uns nur 9 das ist doch schön kartoffeln gehen runter weizen ist schon unten ich glaube ich brauche ein paar weizen felder weizen ja hallo hallo was ist ein problem benötigt 24 weizen hängen geht aber hier ernten dann geht doch mal alle ernten was soll das denn nee 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 könnte ich den kornspeicher passt der da rein müsste ich das feld 2 nur mal kleiner machen 3 3 lohnt sich das oder bauen wir den einfach hier hin aber so wenn ich den hier hin baue würde das feld natürlich auch noch die 25 prozent abkriegen ja komm was soll es wollen wir den dahin was hat man da haben wir kartoffeln dann bauen wir hier auch weizen oder würde ich sagen nahrungsverbrauch 8 19.000 produktion 16.000 das wird echt kriminell mit der nahrung der wird echt kriminell zum beispiel auch keine einwohner mehr 24 24 24 handel was habe ich denn hier medizinische kräuter guck mal 10.000 10.000 habe ich wir können kleidung verkaufen 150 steinwerkzeug wird verkaufen 100 dann edelsteine weil die brauche ich im moment nicht und das war es auch schon alles andere wird eigentlich behalten einfach machen können papier dazukaufen so kauf mal papier dazu dann bauen wir hier eine bibliothek hin da naja brauchen sie dahin marktbäckerei was sagt ihr mein brot das scharf kann man auch mitnehmen bäckerei wo setze ich die bäckerei hin da kommt der lieferdienst hin kannst du eigentlich hierhin bauen oder die bäckerei oder hierhin ich muss nur aufpassen weil hier unten können wir wein anbauen das darf ich nicht vergessen oder wir nehmen die fläche hier zum weinbau zum wein anbau da müssen wir noch mal gucken lieferdienst kannst du hier noch ein hin bauen oder passt du dahin passt du nicht passt du nicht und ich habe schon wieder obdachlose oder ist doch nicht wahr das ist doch nicht wahr da rein so ausgabe lager voll lager voll lager voll hier ist alles voll hier ist alles voll bäckerei so haben wir das schon mal ne du läufst auch backrezept verbessern 24 ich habe keins auf stufe 4 gar keins first star auch wenn er gar keinen sinn macht was der da hinten macht weil hier kein einziger baum steht oder naja es geht es geht könnte ich doch hier das geht nicht ich kann echt nicht hier das geht nicht da auch nicht ne schweine felder können nicht auf wüsten felder gebaut werden sehr schön warum denn nicht es gibt auch schweine die gerne im sand wohl so verstehe ich nicht ich weiß jetzt nicht wo das problem von denen ist den habe ich auch ne der wird gebaut sehr schön ihr seid schon gebaut dann haben wir die laufen auch dafür bräuchte ich papier noch nur hier optiken vereinigung möbelwerkstatt botschaft kohle mine universal karte kräuter laborschneiderei eisenschmelzer imka apropos imka was sagen meine waben das geht noch das geht noch also elstein haben auch noch papier 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 mal gar nicht aber das macht wieder aus ich könnte hier wirklich dann die bäckerei hinbauen mit einer windmühle schön am wasser so die stört auch keine windmühle natürlich warum man so bauen wir da noch gebüsch zwischen so dann ist auch schön alles abgetrennt hier so du hast einen kleinen garten da wildschwein hau ab da wird gebaut da muss jetzt platz machen dann geht es darunter da logischerweise hoch habe ich ja bibel windmühle da ist die bibliothek dann bräuchte ich hier noch ein paar häuserschön was machst du das stimmt doch nicht das stimmt doch nicht so jetzt stimmt's was ist das raus Shirley hat die stadt verlassen obdachlos ja schnapp den hammer bau dir ein haus baue dir ein haus war ich auf brücke hatte ich da die brücke klicken um nach hause zu reisen ich bin zur juli hat die stadt verlassen obdachlos schnapp den hammer bau dir ein haus schnapp den hammer bau dir ein haus so jetzt das – ich das das